The judge in obedience is Gerd Verlinden from Belgium and in the long down that will be Agnes Bracus. And here we see the first team arriving. First of all that will be Nadzea Kutzia Soba, who is Vyadkinsgaard from Belarus, Catalog number BI2 and on the other hand there will be Erika Pirsalu with Adolfa Wally from Estonia, Catalog number WE1. As first team in Gruppe 5 Unterordnung sehen wir hier Nadzea Kutzia Soba mit Vyadkinsgaard aus Weißrussland mit der Catalog number BY2. Als zweites sehen wir in diesem Team Erika Pirsalu mit Adolfa Wally aus Estonia mit der Catalognummer EE1. Leistungsrichter ist Gerd Verlinden aus Belgien und in der Dauerablage sehen wir Agnes Bracus. Das klappt doch nicht mehr. Das ist immer sie. Hier geben sie Beigemacher und wir hartmacher. Ja. Auf geht's! At Housegroessen Wir suchen den gerendemann! Vielen Dank. 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 Thank you. Vielen Dank.